Hier sehen Sie Arbeiten von Paul Jäg. Er ist Künstler auch aus Salzburg. Sie sehen hier drei Arbeiten. Er selbst ist der Meinung, dass ein Bild keinen wie auch immer gearteten Text braucht. Das Bild muss für sich selber sprechen. Er hat aber sehr fantasievolle Namen für seine Arbeiten gewählt. Zwei Köpfe werden von unheimlichen Schnittmengen bedrängt. Lernen Sie zuerst ordentlich salutieren und ein Asiate scheitert an einer europäischen Augenfreude.